Ich unterstütze COE Berlin, weil sie für mich ein einzigartiges Programm für junge Talente haben, was es so in Deutschland oder vielleicht auch in Europa gar nicht anders gibt. Und zwar ist das das Talents-Programm, an dem ich selbst teilnehmen konnte, 2008. Und das hat für mich sehr viel gebracht. Also vorher war ich eine jung angehende Fotografin und inzwischen habe ich die Möglichkeit, internationale Ausstellungen zu machen. Das hat sehr viel mit der Aufmerksamkeit durch COE Berlin zu tun, weil sie eben durch diesen Austausch von jungen Talenten und parallelen Ausstellungen von wirklich international renommierten Fotografen diese Möglichkeit bieten. Und deswegen finde ich, sollte man COE Berlin auf jeden Fall unterstützen. Vielen Dank.